Nein, 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 nein. Oh, hab ich ein Glück. Hab ich ein Glück. Na, das will ich jetzt nicht. Machen wir später. Einfach nur runter. Alter, nein. Ich hab's so geahnt, ey. Aber nö, ich wollte das Besseren wieder wissen. Das war klar. Komm hoch mit dir. Hoch, hoch, hoch. So, weiter. Es ist verdammt schwer, dich zu orientieren. So, was soll ich jetzt hier mitmachen? Achso. Ja, wenn es weiter nichts war. Meine Donkey Kong war auch wirklich eins meiner Lieblings-Games. Auch die Kong Racing würde ich natürlich auch noch irgendwann jetzt spielen. Doch, das werde ich auf jeden Fall jetzt spielen, weil das ist ein Spiel in meiner M64-Zeit, die ich erlebt habe. Auf jeden Fall zeigen möchte. Als Mist mache ich das auch. Irgendwann mache ich das schon noch. Aber so fürs Neue. Zum Protokoll. Wenn es klappt. Und jetzt müsste, glaube ich, der nächste Boss schon folgen, oder? Waren wir nicht so? Ja. Chaos Kamba. Ich werde euch zerstören. Ich werde dich eher auseinandernehmen, du Schrotthaufen. Ich weiß auch, wie man ihn besiegt. Auf die Klingen hier springen und dann auf den Kopf. Sack. Zwei Welten wollte ich noch machen heute. Ach, sack. Oh, nö. Ist der. So, getroffen habe ich den Kopf. Was? Nee. Ich kann nicht mehr echt. Och, Mann. Ja, blablabla. Kongs, ihr wollt, blablabla. Ist mir scheißegal. Zack. Ja, das war ein Volltreffer. Oops. Oh, nö. Und dann haben wir sie getroffen. So, war es das jetzt? Oder wie? Ja, das war's. Kongs gewinnen. Ne, gewonnen. Darf noch sein das nächste Mal besser. Oder so, ach keine Ahnung. So, damit hätten wir's. Damit hätten wir Mekanos geschafft. So, nächste Welt. Barbonenbucht. Blueshitte? Möö, noch nicht. Was ist das Blockade? Ein Unterwasserlevel. Oh ne, ich hasse Wasser. Unterwasser-Welten sind auch immer so der einzigste Rotz gewesen, den ich je kennenlernen durfte. Und die hier? Ich hab Unterwasserlevels nie gemocht. Nein. Wie hab ich echt totale Kopfschmerzen gerade. Der erste Zeichen dafür, dass ich nicht mehr lange aufnehmen werde. Nö. Ich mach jetzt schon über ne Stunde heute. Schwimm, schwimm, schwimm. So richtig Kettelumpen. Da. 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 Das war's für heute. 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 Ja, und bei Diddy Kong finde ich das so, ähm, der ist sehr dick und der kam sogar, wenn ich mich nicht täusche, auch in der Donkey Kong Serie sogar mal mehr vor. Da gab's damals sogar eine Donkey Kong Serie, die hab ich mal gesehen, weil... Was? Ich bin schon echt am Ende. Was? Was? Wir wollen ja auch mal weiterkommen hier im Spiel. Ja, ja, ganz gut. Ich will einfach schon mal für zwei Wochen Videos produzieren, dass ihr wetscher habt. Und ja, das müsste dann erstmal reichen. Ich glaube, ich werde krank. Ich glaube, ich werde krank. Was? Und alles erkennt ihr das? Boah, das ist so ekelhaft. Das müsst ihr euch mal so vorstellen, als hättet ihr so ein Ambus überm Kopf gekriegt. So fühlt sich das gerade an. So fühlt sich das gerade an. Oh, bist du schon hier am Ende? Wie war das aber? Weißt du, ich weiß wie. Da würdest du mich nicht hinwerfen? Sondern... Hier so. Ja, genau so wird das sein. So, dann würde ich auch sagen, wir speichern. Hallo Freunde, ich bin es Miss Wingly Kong. Diese vorlauten Kremlings in der Schule sind mir total auf... Blablabla, komm. Ich will speichern. Um 28% Alter für... Boah. Ist schlecht. Was haben wir denn jetzt hier? Kriechende Klaps. Ne, das machen wir beim nächsten Mal. Ich würde sagen, wir hören voll auf. Wir haben echt eine Menge gemacht. Wir haben die komplette erste Welt geschafft. Die komplette zweite Welt. Die komplette dritte Welt. Und jetzt sind wir schon in der vierten Welt. Ja. Auf jeden Fall, da kommen jetzt noch... Drei Welten und eine extra Welt. Ja. So, dass du es schon mal wüsst. Sonst, wenn es euch ein bisschen gefallen hat. Lasst auf jeden Fall einen Like da, einen Kommentar, eure Meinung und ein Abo. Und dass ich am Anfang dieses Statement abgegeben hatte, hatte einfach einen folgenden Grund. Es musste einfach mal angesprochen werden. Naja, gut. Auf jeden Fall, danke fürs zu sehen und... Und... Bis zum nächsten Mal dann. Haut rein bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.